Willkommen in die Kunst des Bewusstseins. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast da und zwar die Christine Schwarz und wir reden über das Thema Rückführung und stellvertretende Rückführung. Ich werde sie löchern und ich werde sie ausquetschen, was sie für Erfahrungen macht. Sie ist ein medialer Mensch, ist hellsichtig und hat die Fähigkeit, sich selbst sehr schnell in Trance zu bringen und erweitert Zustände zu erleben und so in frühere Leben anderer Menschen einzutauchen. Also freue dich auf diese Folge, es wird sehr, sehr spannend und bis gleich. Liebe Christine, schön, dass du heute hier mit dabei bist und dein Wissen mit uns teilst. Hallo, ich freue mich auch sehr da zu sein. Du bist ja eine hellsichtige Frau und beschäftigst dich schon seit deiner Kindheit mit dem Thema Zeremonien, Rituale, mit dem Thema Magie. Du bist ja hellsichtig und das Thema Manifestation ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in deinem Leben. Du bist ja eine spirituelle, hellsichtige, mediale Frau. Das bietest du ja auch an auf deiner Webseite. Richtig. Erzähl mal genau etwas mehr über dich, wie es dazu kam und wie du dann das Thema Manifestation in dein Leben gebracht hast. Ja, also es fing schon recht früh an. Ich habe immer schon Dinge gesehen, die jetzt nicht so gewöhnlich sind, sag ich mal. Zum Beispiel mein Opa, der zwei Jahre vor meiner Geburt gestorben ist. Den habe ich als Kind gesehen, mit ihm geredet und ich habe mich nie getraut, darüber zu sprechen, anderen davon zu erzählen, weil ich eben Angst hatte, was sie über mich denken könnten und dass das eben nicht gut angenommen wird. Ja, also habe ich ein ganz normales Leben gelebt. Also ich habe nie über solche Dinge gesprochen. Ich habe studiert, dann habe ich lange Jahre als Redakteurin gearbeitet, hatte aber eben immer wieder so Erlebnisse, die jetzt nicht so ganz alltäglich sind. Ja, und dann kam so der Schnitt. Ich habe mich von meinem ehemaligen Mann getrennt. Ich habe meinen Job verloren. Also innerhalb eines Jahres ist mein komplettes Leben zusammengebrochen und da kam dann so die Kehrtwende. Da habe ich mich dann dem Thema Medialität wieder zugewandt. Ich habe Ausbildung gemacht und arbeite jetzt als spiritueller Coach und Medium. Vor allem biete ich Rückführungen an und Channelings. Du bittest ja auch eine ganz spezielle Art von Rückführungen an, und zwar stellvertretende Rückführungen. Erzähl uns ein bisschen was, was ist das ganz genau und wie funktioniert das? Ich kenne also diese klassischen Rückführungen von meiner Hypnoseausbildung, wo man jemanden einfach hypnotisiert und wo er dann einfach in sein führeres Leben zurückgeworfen wird. Der Nachteil dort ist ja, dass wenn jemand nicht hypnotisierbar ist oder nicht leicht hypnotisierbar ist, dann sieht der nicht so viel oder so. Wie ist das bei der stellvertretenden Rückführung? Also bei der stellvertretenden Rückführung verbinde ich mich quasi mit der Seele des Kunden. Ist ja so, wir sind ja sowieso alle über das morphogenetische Feld miteinander verbunden. Wir sind ja alle eins, so sagt man ja auch in der Esoterik ganz gerne. Und das funktioniert ganz gut. Also ich gehe zu einem speziellen Thema rein, zum Beispiel warum finde ich keinen Partner oder warum habe ich diese Krankheit? Also dabei ist es immer ganz wichtig, dass das vorher alles medizinisch abgeklärt wurde. Also oft hat man ja körperliche Leiden, für die es keine wirkliche Erklärung gibt. Und ja, da kann man eben davon ausgehen, dass die Ursache vielleicht in einem früheren Leben liegt. Also wir haben ja alle unsere Themen und Probleme, mit denen wir uns so rumschlagen. Und ja, in der Reinkarnationsforschung geht man davon aus, dass sehr, sehr viele dieser Probleme eben den Ursprung in einem Vorleben haben. Genau, es ist ja so bei mir, weil zum Beispiel war damals, also ich hatte eine sehr, sehr starke Ableigung gegen Mango und konnte einfach kein Mango essen. Und ich wusste auch nicht warum. Und ich kenne auch Leute, die haben eine Ableigung gegen Motorradfahren oder was auch immer oder gegen Feuer und so. Und man kann sich die Frage stellen, okay, dieses Kind, welches diese Ableigung hat, hat ja noch keinen Referenzpunkt in diesem Leben aufgebaut zu diesem Thema. Also es muss von ihm woher kommen. Genau. Und als ich mal in einem erweiterten Bewusstseinszustand war, habe ich einfach gesehen, dass ich mal ein schwarzer Junge war, der auf einem Baum geklettert ist und dort am Baum einen Mango gegessen hat, diese verschluckt hat und dann vom Baum gefallen ist und dort verstorben bin. Und ab diesem Tag habe ich absolut keinen, also durch diese, nennen wir es mal, erweiterte Rückführung, habe ich einfach kein Problem mehr mit Mangos gehabt. Und ich konnte ab diesem Tag Mangos essen, sie haben mir sogar sehr geschmeckt, weil einfach dieses Trauma gesehen wurde und aufgelöst wurde, indem ich nur erfahren habe, was es war. Und da habe ich für mich so zum ersten Mal so richtig dieses, diese Selbsterkenntnis gehabt, okay, da könnte wirklich was dran sein. Unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich so war oder nicht in meinem vorherigen Leben, aber ab diesem Tag konnte ich einfach Mangos essen. Ja, das ist ganz spannend. Also oft reicht es schon, wenn man sich nur bewusst darüber wird, was eigentlich vorgefallen ist in diesem früheren Leben. Also es wirkt so auf dieser Bewusstheitsebene, sag ich mal. Und was ich aber auch noch mache, oft haben unsere Themen ja auch mit karmischen Verstrickungen zu tun. Also besonders toxische Beziehungen zum Beispiel. Also viele Kunden kommen halt mit Themen zu mir wie, ja, ich habe ein Problem mit meiner Mutter von Kindheit an. Also das Verhältnis ist eben schlecht oder warum habe ich Probleme mit meinem Kind. Und ja, da liegt auch oft die Ursache in einem früheren Leben. Und mit diesen Rückführungen kann man eben auch diese karmischen Verstrickungen auflösen. Also man schaut sich das Leben an und löst es dann eben auf, sodass es eben auf energetischer Ebene geheilt werden kann und sich das auch in dieses Leben zieht. Und nochmal zurückzukommen auf das Thema stellvertretende Rückführung. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass die stellvertretenden Rückführungen einfach effektiver sind. Also wie du schon gesagt hast, nicht jeder ist hypnotisierbar. Oder es gibt ja Menschen, das haben wir im Kurs gelernt, die sind selber sehr leicht, Trance zu versetzen und können sofort innerhalb von wenigen Sekunden in diesen erwarteten Zustand gehen und alles mögliche Channeln oder Sachen sehen oder Visionen sehen, Bilder sehen. Und dann gibt es Leute, da muss man hin hypnotisieren und dann gibt es Leute, die so einen kritischen Verstand haben, da es ganz, ganz schwer wird. Und deswegen ist, glaube ich, stellvertretende Rückführung so vorteilhaft, weil du bist ja jemand, der sehr leicht in diesen Zustand kommt. Und wenn du das stellvertretend für den anderen machst, dann ist die Erfolgsquote, dass du was siehst und so weiter, viel, viel höher. Jetzt frage ich mich aber, wie funktioniert das, wenn du für jemanden das machst? Gibt es da nicht so eine Art Bewilligungssystem, ein kosmisches? Ja, also ich mache das mit einem Foto. Also ich lasse mir ein Foto geben und ich brauche den Namen und ich führe auch vorher ein Gespräch mit dem Kunden. Das ist ganz wichtig, um schon mal so die Verbindung aufzunehmen, Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und ja, und dann gehe ich halt zu dem Thema rein in die Rückführung, was ich mit dem Kunden abgesprochen habe. Und ja, es passiert manchmal auch, dass ich dann ein Leben sehe zu einem anderen Thema, was aber damit zu tun hat. Also mir wird immer das gezeigt, was jetzt dran ist. Und wir haben auch damals in der Ausbildung getestet, Rückführungen zum Beispiel unser schönstes früheres Leben. Und das Spannende war, es hat bei niemandem so richtig funktioniert. Also es ist so, als wenn die geistige Welt da so eine Art Riegel vorschiebt, dass man das nicht so aus Spaß macht. Genau, es hat bei uns in der Hypnose auch nicht funktioniert. Wir mussten auch Hypnose machen und dann so das schönste Leben. Und bei keinem hat das funktioniert. Es waren immer andere Leben, die gerade dran waren. Genau, genau, sehr, sehr spannend. Also ich hatte zum Beispiel, ich erinnere mich noch, ein Leben gesehen, was wirklich alles andere als schön war. Das war sogar sehr traumatisch. Und ich habe mir hinterher die Frage gestellt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ob das das schönste Leben war? Ja, genau. Also wenn das das schönste Leben war, dann weiß ich auch nicht. Ja, genau. Also das ist, als wenn die geistige Welt da so eine Art Riegel vorschiebt. Und ich sage das auch. Ja, das macht auch Sinn. Würdest du jetzt das schönste Leben sehen, was du mal gelebt hast, dann könnte es sein, dass die Erinnerungen hochkommen und dass man sich dann in diesem Leben schlecht fühlt, weil man sich denkt, das ist ja gar nicht hier so schön und damals war es viel schöner und besser und friedvoller und so weiter. Und man würde in diesem Leben nicht mehr das Potenzial haben, es noch schöner machen zu können. Ja, genau. Das ist auch eine ganz spannende Sichtweise. Ich vermute aber auch, dass es daran liegt, dass wir eben wachsen wollen. Also unsere Seele möchte sich ja weiterentwickeln, möchte wachsen. Und es bringt einfach nichts, so aus Spaß in frühere Leben reinzugucken. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, die Seele möchte auch was davon haben und sich eben weiterentwickeln. Und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum es Sinn macht, stellvertretende Rückführung machen zu lassen, ist ja auch oft so, also ich gehe ja zu Themen rein, zu Blockaden, die eben den Kunden ganz schön das Leben schwer machen. Und da ist es oft so, dass man einfach keine schönen Leben sieht. Also es sind oft sehr traumatische Leben und oft auch Leben, wo der Kunde ja richtig böse war. Also wir haben ja alle Opfer- und Täterleben geführt und da ist es manchmal nicht so einfach hinzuschauen. Und wenn ich das als Stellvertreter mache, bin ich da eben nicht so involviert. Also es ist ja nicht mein Leben. Und deswegen kann ich da viel genauer hinschauen, als wenn jetzt man zu seinem eigenen früheren Leben zurückgeht. Also mir selbst geht es auch so. Ich mache für mich selbst auch keine Rückführungen. Ich lasse es auch machen aus diesem Grund. Ja, es ist ja auch logisch, weil man hat ja selber irgendwelche Traumata, die man erlebt hat, oder man will, oder das Ego will sich gar nicht sehen, dass man selber immer mal Scheiße gebaut hat. Ja, genau. Und käme damit gar nicht klar. Oder es kann eine Retraumatisierung stattfinden. Genau. Und ja, ich kann da viel neutraler rangehen. Und ja, also ich habe auch schon, ich habe früher auch Rückführungen direkt angeboten, habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Stellvertretenden einfach effektiver sind. Deswegen mache ich jetzt nur noch das. Und es ist auch so, dass viele Kunden sich selbst nicht so vertraut haben, ihren eigenen Eingebungen und das hinterher hinterfragt haben. Und so bekommt man es von einer medialen Quelle einfach. Ja, genau. Auch wenn Silbertabletze wird. Genau, das ist auch immer spannend, dass die geistige Welt so kleine Zeichen gibt, sodass der Kunde erkennt, dass es auch wirklich sein Leben war. Also da sind dann so Kleinigkeiten, die ich sehe und wahrnehme, die ich auch ausspreche. Und ich weiß selber aber nicht, warum. Und hinterher bekomme ich dann mitgeteilt, hey, das ist in diesem Leben auch so. Ich habe den gleichen Hund in diesem Leben. Oder du hast mir mal eine Geschichte erzählt von Ihnen, so einen Schuh von einer Kundin. Ja, genau. Das war ganz spannend. Also ich bin reingegangen in diese Rückführung und habe auf einmal gesehen, dass ich so ganz besondere Schuhe anhatte. So Gold und spitz zulaufend vorne, also wirklich nicht alltägliche. Und habe das ausgesprochen. Und hinterher habe ich dann die Rückmeldung bekommen, dass die Kundin sich genau solche Schuhe vor ein paar Jahren gekauft hat und die wie einen Schatz hütet. Also sehr spannend, dass einem solche Zeichen geschickt werden. Oder auch zum Beispiel körperliche Leiden. Ich hatte mal eine Rückführung. Da hatte die Frau fast ihr linkes Bein verloren. Also sie war da schwer verletzt und war dann auch im Rollstuhl. Und dann hat sie mir rückgemeldet, dass es in diesem Leben auch so war. Und das konnte ich aber nicht wissen. Also sehr spannende Sachen. Was waren so deine verrücktesten Erfahrungen in Bezug auf diese Rückführungen? Ja, also man sieht nicht nur... Vor allem mich interessiert so die Verifizierungssache. Ja, also da könnte ich dir jetzt noch einige Beispiele nennen. Zum Beispiel hatte ich neulich erst eine Rückführung für einen Kunden. Da hatte er eine Behinderung in dem früheren Leben und war dadurch sehr, sehr stark eingeschränkt. Also das hat sich durch das ganze Leben gezogen, wirklich alle Aspekte seines Lebens berührt. Und ja, daraufhin hat er mir rückgemeldet, dass er auch in dieser Inkarnation behindert ist und sogar ziemlich schwer. Und ja, da auch die gleichen... Aber das wusste du vorher nicht? Das wusste ich vorher nicht, nein. Und das ist für mich auch immer so ganz spannend. Deswegen freue ich mich da auch immer über Feedback und ja, was mir da so mitgeteilt wird. Sehr spannend für mich. Was hast du noch für eine Erfahrung gemacht, wo du dir denkst, so okay, das bestätigt einfach deine Arbeit. Ja, zum Beispiel kam eine Kundin zu mir, die hatte Probleme mit ihrer Mutter. Also wirklich von Kindheit an war das Verhältnis schlecht und das hat sich so zugespitzt, dass sie eben darüber nachgedacht hat, den Kontakt abzubrechen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und sie kam dann eben zu mir und hat mich darum gebeten, dass ich da mal schaue, was da kamisch so los ist. Und also ich kann mich jetzt nicht mehr an das konkrete Leben erinnern, was ich gesehen habe. Aber es war so, ich habe das aufgelöst. Das kam mal zwischen diesen beiden und ja, ein paar Tage später hat diese Kundin mir zurückgemeldet, dass sie zum Geburtstag zu ihrer Mutter gefahren ist und sie ist zu spät gekommen und hatte schon Angst, dass es wieder richtig Ärger gibt. Und die Mutter nimmt sie in den Arm und sagt, ja, so schön, dass du da bist und ist auch kein Problem, dass du zu spät bist. Hauptsache, dir geht es gut und du bist teilangekommen. Und das Verhältnis ist ein anderes. Also die Mutter ist wie ein anderer Mensch, hat sie mir zurückgemeldet. Es ist einfach unglaublich. Also auch für mich ist es immer voll schön und faszinierend zu hören. Und also so Mutter-Tochter-Themen sind sehr häufig. Also viele Leute kommen mit solchen Themen zu mir. Und ich habe aber auch schon erlebt, da kam auch eine Frau mit einem Mutter-Tochter-Thema. Also sie hatte auch Probleme mit ihrer Mutter. Und ja, nach der Rückführung hat die Mutter dann aus heiterem Himmel den Kontakt abgebrochen. Und die Tochter war natürlich erst so am Boden zerstört. Es hat sich aber herausgestellt, dass das gut war, weil ihr Kind seitdem nicht mehr ins Bett gemacht hat. Also es hat das Kind so belastet, dieses Verhältnis zwischen Mutter und Oma, dass es dadurch eben auch so psychische Probleme entwickelt hat. Und nach der Rückführung hat es nicht mehr ins Bett gemacht, das Kind. Und es hat sich jetzt auch herausgestellt, zum Laufe der Monate, dass es eben gut war, dass dieser Kontakt nicht mehr besteht. Und es ist ja auch oft so, dass wenn wir Menschen, ich sage mal, sind alle auf einer Insel. Und wenn man gleiche Denk- und Verhaltensmuster oder Wahrheiten hat, dann befindet man sich auf der gleichen Insel. Und ab dem Punkt, wo sich etwas ändert, zum Beispiel du endest, du machst deine Erfahrung, änderst deine Grundfrequenz, gehst mit etwas anderem in Resonanz, ziehst ein anderes Thema an oder erhöhst deine Schwingung oder erniedrigst deine Schwingung oder jemand macht eben so eine karmische Auflösung, dann distanziert sich jemand von dieser Insel, der halt dann nicht mehr mit deiner Frequenz zusammenpasst. Ja, richtig. Ich hatte auch mal eine Frau bei mir, die hatte ein Problem mit ihrem Chef. Also es war wirklich so schlimm, dass es wohl auch schon vor Gericht ging und so. hat sich sehr zugespitzt und ja, sie wollte eben ihren Job nicht aufgeben, weil sie hatte auch eine recht hohe Position, aber kam mit ihrem Chef nicht klar. Und das Spannende war, nachdem ich da mit ihr gearbeitet hatte, nachdem dieses Karma aufgelöst war, hat ihr Chef aus heiterem Himmel gekündigt. Also der hatte da schon seit 30 Jahren oder so gearbeitet und sie hat vorher gesagt, er wird niemals kündigen und dann war er einfach weg. Er ist quasi sang- und klanglos aus ihrem Leben verschwunden und das war für mich auch sehr faszinierend zu sehen. Ja, also er hat eben gefassene, das Wort ist einfach die Insel verlassen. Man kennt ja auch so ein Beispiel, du machst ihm so eine Erleuchtungserfahrung oder ihr wirst spirituell oder was auch immer und plötzlich gehen Menschen aus deinem Leben ohne irgendwelche Gründe, mit denen du vorher sehr gut connected warst, aber das kommen neue hinzu und das ist immer so spannend, wie das Leben dir einfach eine Reflexion gibt von deinem eigenen Zustand. Finde ich immer sehr, sehr spannend, ja. Ich finde auch allgemein das Thema Rückführung sehr, sehr spannend, weil unser Ausbildner in der Hypnoseausbildung hat immer gesagt, er ist Doktor der Diplom-Psychotherapie und hat immer gesagt, er hat klinische Therapien immer durchgeführt mit Patienten und hat dann irgendwann selber eine Hypnose bekommen und auch gesehen bei anderen Hypnoseveranstaltungen, wie schnell man Sachen auflösen kann und was für eine Instant-Wirkung das Ganze hat und hat dann gesagt, er hört jetzt auf mit seiner Psychologie, also er war sehr namhafter Psychologe, Herr Dr. Michael Werner und hat dann gesagt, ich mache jetzt ein Hypnose-Zentrum auf, das Hypnose-Zenter und das war halt so spannend, weil er gesagt hat, so, okay, ich habe Psychologie studiert und mache immer die Gespräche und das dauert immer ein Jahr Therapie, bis der Patient dann das Thema erkennt und heilt, also das Ego kämpft gegen das Ego und in einer Hypnose-Session passiert da so eine Rückführung oder was auch immer und dann ist das Thema danach einfach aufgelöst und dann spart man sich halt dieses ganze Jahr Arbeit und der Kunde spart sich viel Geld auch und dann hat er gesagt, okay, er hat die Wirkung von Hypnose erkannt, wie wichtig das ist und hat eben so sein Center gegründet und er hat, ich habe ihn mal darauf angesprochen in Bezug auf Studien und in Bezug auf Wirkungsweise und dann hat er gesagt, dass es da schon Studien und Ergebnisse gibt und er hat gemeint, dass für ihn persönlich Hypnose viel, viel stärker wirkt als die Psychotherapie, aber es gibt in den Studien so eine, also es gibt keine Statistik, welche sagt, das ist besser und das ist schlechter, es gibt lediglich die Statistik, wo das Ergebnis gezählt wird und beim Ergebnis war es, dass es am Schluss, wenn eine Psychotherapie durch ist und das Thema wurde geheilt und aufgelöst, dann ist es durch und bei der Hypnose war dasselbe, also das war auch genauso durch und dann hat er einfach gesagt, seine Erkenntnis ist, das Ergebnis zählt und nicht das Verfahren, weil man muss jetzt nicht zwingend ein früheres Leben glauben, um eine Rückführung zu machen, das Einzige, was zählt ist, wenn das gemacht wurde, das Thema ist danach weg, dann spielt es keine Rolle mehr, ob das dann wirklich ein früheres Leben war oder nicht, sondern das Ergebnis zählt, das war das, was er mir gesagt hat und deswegen baut er auch in seinen normalen Hypnosen-Sessions, die eigentlich sehr Mainstream-artig sind, eben auch so Rückführungen ein, für Patienten, die da ein bisschen offener sind, sag ich mal, aber er hat gesagt, das Ergebnis ist phänomenal und man könnte halt ein Jahr lang mit einem Therapeuten diskutieren über ein Thema und so ist es halt in einer Stunde aufgelöst oder in zwei Stunden, wie lange das auch immer dauert und das Thema ist einfach vom Tisch und dann kommt bei den meisten Menschen das nächste Thema. Genau, genau. Wir sind eigentlich nie fertig, aber das ist ja auch der Sinn, warum wir hier auf der Erde sind. Viele streben ja auch immer nach diesem Perfektsein, Vollkommensein, nach dieser einen megagroßen Erleuchtung und danach kannst du dein Leben lang meditieren oder so. Ich glaube, das Leben selber ist einfach da, dass wir es leben, würden wir keine Themen haben, würden wir gar nicht mehr in die Matrix gezogen werden, damit wir das Leben aus der Perspektive des Lebens selber wahrnehmen und erleben. Deswegen ist es gut, dass wir eben so vorige Leben gehabt haben und unsere Themen im Rucksack haben, ein bisschen was raustun, ein bisschen was Neues hinzutun, damit das Leben einfach dann sozusagen voranschreiten kann. Genau. Ich sage immer, wir müssen lernen, zwischen den Regentropfen zu tanzen und nicht darauf warten, bis der Sturm vorbei ist. Genau, das ist ja auch die Essenz von meinem Buch Das große Mysterium. Das Leben ist eine Feier, es feiert sich selbst und es entscheidet, es zu feiern und das bedeutet, dass man einfach eine Entscheidung treffen muss, wie willst du leben, in welchem Zustand, willst du sein. Liebe Christine, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Rückführung zu sprechen. Ich freue mich sehr. Für diejenigen, die mehr an der Arbeit oder an einer Rückführung interessiert sind oder an einem Coaching von der Christine, schaut einfach auf die Webseite www.medium-christin.com vorbei. Dort könnt ihr mehr über sie erfahren. Vielen lieben Dank und wir werden sicher noch ein weiteres Interview zu einem anderen Thema führen. Sehr, sehr spannend und bis bald. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, Vielen Dank. Vielen Dank.